Hurra, mein Enkelsohn! Die Blutlinie der Draculas ist gesichert! Bist du sicher, er ist ein Vampir? Guck dir die Haare an, er könnte ein Mensch sein! Nur über meine Leiche! Hallo und herzlich willkommen zu Hotel Transsilvanien Teil 2 in 3D. Hundlandung! Das war ja klar! Der zweite Teil ist noch süßer, noch lustiger, so viele kleine Witze, die einen zum Ausrasten bringen. Der Film beginnt ja mit der Hochzeit von Mavis und Jonathan und sehr schnell werden die beiden schwanger, wie man so schön sagt, mit Dennis. Und es ist noch nicht ganz klar, ob es ein Mensch ist oder ein Vampir wird, weil bis zum fünften Lebensjahr kriegt man anscheinend die Vampirzähne. Ich bin eine Fledermaus! Ich bin eine Fledermaus! Denisović, durchatmen! Spür die Fledermaus! Am allermeisten will das der Großvater von Dennis wissen und er tut natürlich alles dafür, um rauszufinden, ob er nicht auch wirklich Vampir ist. Dracula ist schon goldig im Umgang mit dem kleinen Dennis, aber er verfolgt das Ziel. Der Kleine muss ein Monster werden. Ah, Erdlinge! Pfeift der Dracula drauf, der Kleine ist ein Vampir! Wer ist bereit zu fliegen? Ich, ich, wie ein richtiger Superheld! Besser wie ein Vampir! Old Mac Werewolf hat ne Axt! Aber so sieht das aus hier, ne? Das sind die ganzen Takes. Und da bin ich. Das Spannende am Synchronisieren ist, Jonathan dann den Charakter zu geben, der er auch ist und dementsprechend, ja, mich da ein bisschen drauf einzustellen und stimmlich darauf einzugehen. Johnny, hast du den Slopi schon versucht? Nicht in dem Tempo, Schatz! Die Stadt ist so aufregend und romantisch! Was zeigst du mir zuerst? Trotzdem haben wir die nicht aufgenommen. Wie sie durchdreht, als sie das erste Mal in so einem 24-Stunden-Supermarkt ist und da gibt es irgendwie diesen Bubble Tea. 48 Sorten in allen Farben und sie trinkt alles aus und denkt so, oh mein Gott, davon gibt es 48 Sorten! Es kommen denn 48 Sorten, wir müssen die alle probieren! Sie dreht grad ein bisschen durch, ne? Also nicht, dass ihr denkt, dass ich im ganzen Film so rumschreie. Man kommt einfach in die Rolle besser rein, wenn man sich in die Rolle so viel hineinversetzt, dass man sagt, ich gebe alles, um das glaubwürdig zu gestalten. Oh, in einem Hotel? Nobel, nobel! Bitte töte mich nicht! Sprechendes Klopapier! Sag uns was Neues! Das ist mein Vater Vlad, tu mir nichts! Ja, ja, das war ich! Pippi in den Sarg gemacht! Okay, Babs! Das Schöne ist, er bringt natürlich die aufrichtige Qualität einer, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, gereifteren Stimme mit. Zeig mir deine Fangzähne! Was machst du? Ich bin so vernarrt in ihn, ich könnte knuddeln in jedes Fangzähnchen! Das ist hart! Wenn Papa das sagt, ist das so! Mit dem Einfubber, er gewagt! Ich habe mich total gefreut, einfach Wanda wiederzusehen! Das ist eine ganz tolle Herausforderung, es macht wahnsinnig viel Spaß! Ich glaub nicht! Eine bin Jakob! Auf Mäbis, liebis! Die ist viel später! Welpen essen sonst zu viel! Zucker! Ich meine, ich liebe 3D-Filme, gerade im Kino, das Gefühl im Film drin zu sein und alles, was da passiert, tatsächlich im Raum mitzuerleben. Das ist ein einmaliges Erlebnis! Ich finde es ja einfach eine so fantastische Welt, die da kreiert wurde! Und vor allem für Groß und Klein funktioniert! Hotel Transylvania 2 ist auf jeden Fall ein ganz spannender Film! Du musst ein Familienfilm sein, da setzt du dich rein, Popcorn und... Also es macht Spaß! Tut mir leid, Blobby, wir wollten dich wirklich früher rufen! Okay Jungs, Plan B! Ich spring auf! Ha! Gib Gas! Ich bin in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love... Ist das euer Ernst? Ab ins Kino! Hotel Transylvania 2! Mua! I'm in love, I'm in love, I'm in love with the monster, with the monster!